hallöchen freunde so wir sind wieder da mit vollen tatendrang würde ich jetzt einfach mal so behaupten und hochmotiviert wenn es ist ein gebiet weiterzukommen ob wir es schaffen ich glaube nicht geht schon gut los die folge wieder klatsch kalatsch kalatsch klatsch 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 meine fresse bin so gut durchgekommen bisher kommen nämlich die erfolge wieder auf ich hab hier gar nichts da kommt schon nervt mich das gerade dieses spiel macht mich total wahnsinnig auch noch ärger haben hier oder was so weg mit dir darf ich jetzt weiter fahren meine güte ätzend dieses spiel ne das macht mich total bekloppt aber wirklich so ab in die hölle wieder sterben gehen so alles klar vor uns ist direkt feuer da ist ein dicker den wollen wir wenn möglich aus dem weg gehen so was leute fikt euch einfach alle fikt euch einfach alle wisst ihr das fikt euch einfach alle ich hab jetzt schon keinen bock mehr da ist so ein flammtyp und links war so ein fettsack mit rüstung ist es einfach zum kotzen diese hölle ne dieses spiel macht mich echt äh und dann diese wenn diese scheiß feuer stellen teilweise nicht wären na klar schon wieder dunkel warum auch nicht ich muss die schrotflinte wechseln 45er wir haben sonst nur 45er ne neun millimeter wir fahren jetzt einfach mal die schweren geschütze auf okidoki attacke ok wo muss ich lang ich dachte ich kann da hoch ok komm her du auch du auch ach scheiß blindkarnate scheiß blindkarnate wo bin ich hier fuck fuck oh na kampf links ist sprit ja ne ist klar ja ne ist klar so brennt der dicke jo er verliert rüstung das ist schon mal sehr gut jetzt hat er mich gesehen ne oh shit der brecht da durch fuck dich alter das wusste ich nicht ich dachte der wird dagegen aber ich hasse diese fettdecke ne hier kommt jetzt aber grad keiner ne d pfff 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 Ah, würde ich mir gerne für Antiviren aufheben, tatsächlich. So, jetzt ist nichts wie weg hier. Aber schön vorsichtig weg hier, ne? Nicht überhastet. Wir müssen cool bleiben. Ach, scheiß Blankanate. Okay, das war machbar hier. Das ist gut. Weiter geht die Reise. Puh. Ui, ui, ui. Diese Lager, die sind so groß. Da sind bestimmt wieder diese Flammtypen und diese richtig fetten, ey. Das ist gar nicht so ein Lager. Okay. Okay. Okay, schön leise. Okay. 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 Na komm, kommen wir in einen. Fein. Eine fucking Werkstatt, fuck. Hier komm, scheiß auf das Brett. Ich probiere mal den Schalldämpfer auf die UMP zu machen. Jetzt kann ich doch bestimmt mal eine Axt da unten machen, ne? Yes. Die wird mir wieder ein bisschen aus die Scheiße helfen. Wir sind viel zu schwer. Kann ich noch eine machen? Der Vorteil an dieser Axt ist einfach, die wiegt nicht so viel, ne? Wie die andere. Das ist natürlich sehr genial. Krieg's doch mal, der ist so schwer, ey. Die wollte ich machen. Stahlkugel führt mir, okay. Okay. Scheiße. Ups. Upsi. Upsi-pupsi. Wir einfach alles looten hier, ne? Oh mein Gott. Äh, brauchen wir nicht. Nochmal eine scheiß Werkbank. Mir hat ein Sprit ist unten. Ach, da ist das Ding. Scheiße. 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 Ah, ich wollte ja den Schalldämpfer gucken, den ich mir gebaut hatte, ne? Äh, Flaschenschalldämpfer. Yes. Habe ich da schon einen Schalldämpfer drauf? Wo wir den da drauf? Ne, Quatsch. Mündungsbremse will ich nicht. Den, Flaschenschalldämpfer. Müssen gewichtelos werden. Und zwar... Mh, mh, mh. Höllengeheimversteck. Okay. Die Verstecke sind dann wohl nur für diese Gebiete. Jetzt möchte ich aber gerne zurück zu meinem Auto. Oh, Feuer. Mein Kryptonit. Okay. Medizinische Vorräte brauche ich nicht. Halt, ich gehe da nicht raus. Ich habe keinen Tropfen Benzin hier gefunden. Wisst ihr, wie scheiße das ist, Alter? Wo ist denn... Unterschlupf da? Der ist noch voll weit weg, der Unterschlupf. Der Weg ist scheiße, ne? Der Weg ist kürzer. Ich gehe einfach hier hin. Scheiße auf den Unterschlupf. Am Unterschlips... Äh, Unterschlips. Oh, ich habe gar keinen Timer angemacht, sehe ich gerade. Gut, dann geht die Folge ein bisschen länger heute. Na, klasse. Direkt so ein Fettsack. Direkt so einer. Na genau. Zwei. Ja, noch einer. Geil. Na klar. Oh, schnell, 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 schnell. Alter, schnell. Lauf, 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 lauf um dein Leben. Fahr, Junge. Oh, mein Gott. Drei von diesen Fettsäcken, ey. Puh. Die hätte ich nicht geschafft. Definitiv nicht. Okay. Na toll. Die Viecher. Na toll. Ich bin dein Leben. DaPHsk. favors. Varun. Das ist jetzt. Warun. Das ist jetzt. Da ist er Na komm, treffen wir den? Da ist Sprit Oh mein Gott Eine ordentliche Menge, wie viel brauche ich? Zwei Oh wow Ok, tschau Okilidokili Wir nähern uns dem Sieg Oh, nicht schon wieder ein scheiß Umweg Oh man, ich hasse diese Viecher Freiwilliger, hörst du mich? Was ist los? Du musst aufhören Wir erhalten deutliche Messwerte an einem Ort in deiner Nähe Das muss ganz sicher das Signal sein, das wir gesucht haben Ok, wo ist es? Irgendwo nördlich deiner Position Es ist nicht weit Diesmal habe ich ein gutes Gefühl Ich schaue es mir an Du bist weit draußen Ich könnte mich also irren Sei einfach, was du tun kannst Ich will nicht Ich will nicht Ich verreck doch hier schon wieder Oh man Leute Bitte Hehehehe Hehehehe Ok Die auf die scheiß ich glaube ich Ne Yo 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 Oh Oh, nicht ins Feuer Scheiß doch so ein kacke Leuchtstabe Hä? Schmeiß doch Warum schmeißt der nicht, hallo? Jetzt Na komm Brennt Das ist noch so ein Fettsack, ne? Ich will hier einfach wieder weg Ich habe keinen Bock auf Umwege Ok, Feuer ist weg Ich bin natürlich Schmeiß ja Genau ねぇ Oh Nein Das ist Ich habe Das ist Ich habe Das ist Ich habe Ich bin gerade wieder so voll konzentriert. Ah, ne, den Impfstoff brauchen wir nicht. Okay, wir sind selbstverständlich in die falsche Richtung gelaufen. Ich hasse es, so zu laufen, ne? Fuck. Ähm, weil es gut. Schnellzugmagazin, Sturmgewehr. Ah, haben wir schon drauf, ne? Ne, wir haben erweitertes Magazin, wir nehmen Schnellzugmagazin. Hallo, du auch? Komm. Leute ey. Sorry, dass ich nicht viel rede. Weg vom Baum. Okay, ein Haus. Oh, Benzin weg. Da haben wir auch nicht so die Erfahrung mit. Na komm her, komm her. Oh, fuck. Brennt der Busch da oder ist das der Baum, ne? Gut. Ja, Munition. Geil. Nehmen wir nur die Reste im Moment. Meine Fresse. 101. Huch, sorry. Alter, ich bin grad so... Nehmen wir den hier. Und den. 55 brauchen wir noch. Finde die Signalquelle. Ich hab keine Ahnung, wie viele Verbände ich noch hab. Ich mach mir jetzt einfach mal ein paar gerade. Wo soll die Signalquelle denn sein? Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Oder muss ich den blauen Dingern hier folgen? Oh, dann komm ich doch, wenn ich den blauen Dingern hier folge. Hier oben hin. Oder geht's hier noch weiter? Ah. Das ist nicht gut. Guckt euch die Kisten an. Das ist hundertprozentig ne Falle. Und hier werde ich hundertpro drauf gehen. Ich wette mit euch in diesen Containern sind Zombies drinnen. Und wenn ich den Sender aktiviere, gehen die auf und ich bin tot. Hundertfünfzig Prozent. Okay, ich seh hier nix. Auf dem Lautsprecher des Senders erzöhnt ein Rauschen. Fragezeichen Freiwilliger. Wieso mischst du dich in meine Angelegenheiten ein? Wer bist du? Ich bin mir sicher, du hast von mir gehört. Aber diese Information ist nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft, die du deinem bevorstehenden Tod vermitteln wirst. Was soll das alles? Das war deine letzte Prüfung. Der Rat soll sehen, dass er sich nicht in meine Arbeit einmischen soll. Das ist einfach. Ich will in Ruhe meine Arbeit machen. Hör auf mich zu suchen. Es tut mir leid, dass ich so weit kommen muss. Oh fuck, ich häng fest. Oh fuck, ich wusste es hundertprozentig. Oh man, fuck. Ich raste aus ohne Scheiß. Oh fuck ey. Mann. Ich wusste es, ich wusste es einfach. Ich hab von Anfang an gesagt, die Scheiße geht hoch und wir haben die Kacke am Dampfen. Ah, ätzend. Oh, hey du. Als Maul ey. Du nervs. Äh, hier haben wir alles. Bis auf den Kollegen, ne. Da finden wir noch zwei. Fuck you, alter. Ich kann nicht mehr. Ich bin nervlich zerschüttert und zerstört. Fuck ey. Mann, das riecht mich gerade richtig auf wieder, ey. Wir müssen auf jeden Fall die Skillung angehen mit den Waffen machen mehr Schaden. Wie viel Munition ich in die Viecher geballert habe, ne. Ganz ruhig. Alles wird gut. Danke. Okay, hier komme ich nicht weiter. Oh Mann, ist das ätzend ey. Haben wir hier Sprit? Nein, haben wir nicht. Ciao. Kein Bock mehr auf das Spiel. Es frustet mich nur. Boah, ist das ein Scheißspiel. Jetzt kann ich die ganze Pisse nochmal von vorne machen. Oh, ätzend. Einfach nur ätzend. Wir waren so weit. Und ich wusste, dass wir verkacken. Dass die Container aufgehen und wir tot sind. Hä? Komm, mach die Tür auf jetzt hier. Deine Schuld. Deine Schuld. Da. Ja. Nehmen wir selbstverständlich alles mit. Kriegst du die Tür jetzt auf? Was? So. So. Schön voll. Sehe ich wie voll. Gar nichts ist da voll. Dieses Spiel ist nichts für mich. Ist hier noch was? Natürlich nicht. Schnauze. Obwohl. Ja. Da möchte ich rein. Einmal den Schießmichtoter aktivieren hier. Ja bitte. Huch. Ein bisschen. So. Jetzt haben wir hier alle Punkte. Hier haben wir alle Punkte. Hier haben wir nicht alle Punkte. Und hier haben wir. Als nächstes gehen wir hier. Pistolen und so. Waffen machen mehr Schaden. Zwo, vier. Alter, da wollen wir so viel erfahren. Okay. Das kriegen wir hin. Mann. Weg da. Keine Zeit für so einen Quatsch. Mann. Keine Zeit für so einen Quatsch. Manche von uns haben es eilig, ja. Bam, bam, bam. Weg. 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 Weg mit euch. Kann ich wenig? Geht. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Ah ne, ja geil, ein Akku, ja komm, gib mir ein Brett hier. Hauptsache da stehen schon Soldaten. Weg mit dir. Warum kann ich mir nicht so Panzerplatten ranholen? Ich will auch so Panzerplatten um mich rum. Toll, hier gibt's einfach nix. Wie enttäuschend. Ich dachte hier wär Sprit. Ah, kackt die Wand an. Da ist Sprit. Halt die Fresse. Du auch. Lass mich alle in Ruhe. Ja genau, Visiere, das brauchen wir. Ich brauch Knarren an. Ich brauch keinen Bock mehr auf euch hier. Das nervt mich gerade so tierisch ab, Leute. Das ist einfach... Da bist du so weit gekommen und du weißt, was passiert und verkackst es trotzdem. Einfach frustrierend, Leute. Okay, linke Seite. Mann, ey. Will nicht mehr. Scheißspiel. Richtiges Scheißspiel. Die Schnauze. Du auch. Fresse jetzt. Die Schnauze. Ah, hier steht ja schon der Sprit. Nice. Ja, super. Wieder eine Blendgranate. Ja, klasse. Ich war gerade um zu überlegen, ob die Blendgranate mir vorhin vielleicht helfen könnte. Allerdings hätte ich die wahrscheinlich so geschickt geworfen, dass ich mich selber blende. Lass mich in Ruhe. Das sind nur Arschlöcher hier. Ich habe den Motor natürlich wieder nicht repariert. Wir schaffen das. Jetzt, bumm. Motorschaden, um den Motor schaden, um den Weg. Doch nicht. Das ist auch. Ah, ätzend. Sieht gut aus. Ah, schön. Schön für dich. Leer. Klasse. Fresse. Wo ist denn hier der Sprit? Ah, klar. Meno, ey. Oh, toll. Zwei Liter. Klasse. Da kommen wir richtig weit mit. Ab zum Unterschlupf. So, dann würde ich sagen, reicht das erstmal wieder für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Tschö.